So, wieder ne Aufnahme zu 5, wie gerade eben halt, bloß dass ich jetzt Sivir bin. Hallo, den installiert schon! Und der installiert den Sachen, damit er weiter aufnehmen kann. Reich Zeit, sorry. Idiote. Mach hinne! So. Sivir, warte! Wie hast du wieder Dorans Schild? Gib mir Leben, dann kann ich Arna... Was macht Kragas? Wir trollen jetzt. Im Ernst? Nein. Wir gehen einfach mal zu dritt auf die Botleg. Machen einen Kugel. Ich war hinter dir her. Meine Aufnahme ist jetzt offiziell gestartet, hallo. Ja, wir darf 5 Premade diesdags. Hallo. Ähm, du bist so... Suraka, willst du nicht hierhin kommen? Ja, ich komme. Ich hab nur mal geschaut, alle Premades. Ja, sieh, 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 auch. Alle Bronze durchgehend 4, außer diesen ist, glaube ich, Silber 5. Was zur Hölle? Ja, packen wir schon. Hä? Hat dich nicht gerade noch was zu trinken gestehen? Was? Hä? Hä? Verwirrt. Wolltest du nicht schlafen gehen? Ich hab noch 20 Sekunden. Wollt ihr nicht helfen beim Blue? Nee, das schafft er schon alleine. Ihr seid so gemein, ey. Was ist so gemein? Ich mag es einfach nicht beim Blue-Selfen. Robert hat mir übrigens gerade eben noch geholfen. Ja, siehst du, jetzt macht er das noch. Oh, braves Kind. Hast du gut gemacht. Du kriegst ihn unterwegs. Da bin ich wieder. Ich bin fett. Hä? Was ist los mit dir, Melanie? Wie viel trinkst du? Hä? Zu viel. Trinkst du viel oder sowas? Ich muss nach jedem Spiel auf Toilette. Da ist so wie es am... Leute sind da drin. Da ist so wie es am Tag. Ca. 24 Mal Toilette. So rein vom Prinzip her. So, du kommst weg. Danke. Ach, du bist ein... Bei denen Support, ich hoffe nicht Six. Nee, dann ist es... Ja, Suo. Nee. Ja, Suo Support? Die Sin. Die Sin war doch Jungle, oder nicht? Ja, Le Sin ist Support. Ach, stimmt. Also, fuck, ich kann nicht last, das nicht passt. Lass mal das so schnell... so schnell beenden, wie es nur möglich geht, weil wegen... festen Platz zu können. Ja, ist ja ganz dämlich. Sieht so fort. Ich wurde mal da, im Gebüsch, ne? Weißt du Bescheid? Ach, du Scheiße. Also, top ist SS. Also, nee. Halt. Hörst du doch. Alter. Hörst du auch was? Hörst du auch was? Ja, da muss die Crew zuerst mal treffen. Ich hab grad leider Interimprobleme, du sollst das Info. Das stört mich mal so bis hin. Ähm... Ja, Mitte push durch. Meint mal mal! Bot push durch. Sag mal, wo soll ich denn jetzt eigentlich ganken kommen? Ja, komm mal, Mitte. Ja, äh... Ja, einfach nur halten. Oh. Das ist aber sick. Ja, da muss man viel halten, hier in der Mitte. Auf ihn, auf ihn, auf ihn. Ja, äh... Da, pass auf! Ja, nice. Ja, und das war doch schön. Good job. Oh mein Gott. Ach, nein, Scheiße, passive! Hast du geflasht? Ja, ich hab geflasht. Ich auch. Ja, dann könnt ihr auch kommen. Ja, wo hoch, was? Oh, 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 six, 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 six. Renn weg! Oh mein Gott! Äh, SS, pass auf, Herr Karim. Oh, ich bin Bob. Oh, da sind der... Auch pass auf, Herr Karim, pass auf, dass du nicht stirbst. Geh, 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 geh! Genug leben. Los, los, los! Der flasht sicher noch. Oh Gott. Oh fuck. Lol, okay. Ich wag dir, ich wag dir. Ein paar Sekunden noch. Ja, nice. Leszin, leszin, leszin ist da. Äh, pass auf, aber... Leszin, leszin, leszin. Oh Gott, okay, haut ab. Das war schon mal ein extrem guter Start. Ja, super. Oh, six. Kriegst du ihn, kriegst du ihn? Komm, pack ihn dir. Er hat keine Passive. WOOOOO! Sorry. What the f... Ich hab... Das ist doch lächerlich, so, Raka. Ohne Scherz. Ich weiß, du hast den für Double Buff. Was willst du noch mehr? Ja, aber ich hab sogar extra nicht angegriffen. Der ADC hätte ihn locker kriegen können, aber was ist los? Supporter, pack ihn dir einfach. Ich hätte ihn bekommen müssen. Aber geh mir in die Bot Lane. Geh mir in die Bot Lane. Nein. Aber Eswold ist noch Mitte. Ja, das ist egal. Six ist ja tot. Ja, warte, der ist wie... Warte, komm her, Nami, komm her, Nami. Was, Nami, ich bin Soraka. Äh, ich mein, ich bin Soraka, Nareka. Ha, ha. So, ich komm normalerweise ein bisschen. Ja, komm schon, den kriegst du. Hab ich den? Ich hab übelste interne Probleme. Leih, ich hab ihn okay, sehr schön. Ich hab sogar Blue, danke. Danke. What the fuck? Gibst du mir gleich den Blue? Äh, hm. Ja, okay, danke. Super, wie auch nicht. Geh auf die Knie und sag danke. Meinte mal die, die mir nennen. Okay, das auch. Ja, okay, das geht auch. Dann abholst du mir bitte die Schuhe. Ich hab gar keine Schuhe. Ja, aber ich hab Schuhe, du sollst dir meine Schuhe, hier. Achso. Six ist da, äh, Six ins ist. Ja, wir haben leider ein Blue gemacht. Ich wollte mal deren Blue. Wir haben zwei Blues, also. Ich hab ein Blue. Ich hab auch ein Blue. Was, Stopp? Ja, ich hab... Den anzugreifen. Und den anzupoken. Warum sagt der Stopp? Weil du den den ganzen Tag anpokst, der Arme. Der kann ja nix machen. Oh, so schade. Ich mach eben die Geist und da komm ich oben ganken. Sag doch auch mal was. Gedacht dem Blue. Bad is support, danke. Kein Ding. Er isst dich. Die spielen so schlecht. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Okay. Wahrscheinlich schaub. Hey, wenn wir sterben, haben die nachher. Oh. Ich hab leider keine Barriere. Ja, du brauchst doch keine Barriere. Du hast mich. Nix nütz von Support, okay? Okay, Entschuldigung. Support, was hat er denn? 1, 0, 3, alter. Okay, doch nicht so nütz. Nein! Oh, nein, nein! Ah, fuck! Komm, noch einmal. Schiede bitte nicht den Yasuo, der wird... Ja. Ja, ich hab... Der scheiß Towerwand. Ah. Diese scheiß Towerwange. Okay, ich geb dir mal ein bisschen mehr Mana. Smite die. Fuck. Warum fäll' ich so krass? Ja, dafür carry ich schon das Spiel, das ist ja auch in Ordnung, glaube ich. Ich glaub, hier nacht ich jetzt wirklich, wirklich bin. Ja, gib ihn, Junge. Sieh, wir bosshaft. Oh. Äh, Mana? Danke, danke. Ihr bist mir jetzt mit du? Doch, erst... Ja, ja. Ja, ja. Ja, lag! Ja. Oh, ich hab Ulti. So, packst du, oder? Ja. Bist du engaging? Danke schön. Pass auf. Ha, ha, ha. Blö. Es ist es. Okay, der hat keine Ulti mehr. Hasso, 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 what? Ja. Äh, Top SS. Ah, nein, du. Brauchst du Hilfe? Ja, ich bin noch zuerst. Ja gut, jetzt bräuchte ich in Blue. Ja, das ist so rar, aber wieso warst du vor mir Level 6? Weil ich schon einen Kill habe. Ich hab drei Kills. Okay. Pass einfach ein bisschen auf. Oh, die Worden, die Worden, die Worden, die haben gewordet. Wo gewordet? Was meinst du mit gewordet? Da, in dem Gebüsch da. Achso, okay. Ja, das heißt, jemand muss ja bei denen sein. Okay, ich komm jetzt in die Mitte und töte den. Und statt mit dem Blue. Nee, 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 du hilfst mir, den zu töten. Du tötest ihn nicht. Ich brauch den Blue. Du brauchst den Blue, aber ich brauch den Kill. Ja, aber ich brauch den Kill und den Blue. Nee, brauchst du nicht. Es ist schließlich meiner. Pack ihn euch einfach, ihr Spazis. Hauptsache, der stirbt. Ich bin natürlich weg. Oh, toll gemacht. Das ist immer der Jungler schuld. Hallo. Ich bin nicht Jungler. Ich bin auch Höfs-Jungler. Ja. Das sagt Jungler aus. Lissen ist übrigens in deren Gebüschung. Leck mich. Was ist, Mann? Oh! Nein! 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 Oh! Siehst du, hättest die Minion gegeben. Mein! Jetzt hat er den Blue. Scheiß, der hatte schon vorher. Hab ich? Ja. Jetzt hat er seinen Blue refreshed. Nein, der Blue war ja auch schon weg. Diese scheiß Minions, ich war nicht drauf gekommen. Der Lessen ist zurückgegangen. Fuck, dieses scheiß Passive. Fuck. Er soll das auch schon krass down. Oh, Mann. Loll, okay. Nice. SS, äh, Zack. Er hat Barriere genutzt. Willst du drauf? Ja. Ne, ne, pass auf. Geh zurück, geh zurück, dein... Äh, geh zurück! Oh, oh. Also, hier für mich? Ja, danke. Gib dir lieber Mana. Du's mal. Der Zweck ist da, der Zweck ist da. Pass auf, pass auf. Äh, pass auf. Willst du mal weggehen oder soll ich mal weggehen und du das so lange? Ich hab noch nicht 3.000 Gold. Ja, ich hab auch 2.000. Ja, dann geh ich jetzt mal weg und dann kannst du weggehen. Das ist lieb, danke. Okay. Kein Ding. Oh, Gott. Ich brauch den Bot, Gang. Ich meine, da soll ich Bot reinfiebern. Geh, geh. Oh, fuck you. Oh, nee. So, Rackerhau. Nee. Heel für dich. Hm, okay. Oh. Nee! Ah, seriously. Schade, den der Schaden, den der macht. Ah. Du Barschen. Bin ich vor einer Sekunde weg, dann passiert sowas, ey. Oh, ne Scheiß, ey. Oh, ne Scheiß. Ja, du sagst es. Dog. Oh mein Gott. Oh. Ach, so sein, der Bot, Gang. Oh, jetzt hab ich den Buffs auch wieder zurück. Pass auf, hier. Oh mein Gott, ja, so. Meinst du, den packen wir? Nee. Lieber nicht. Aber. Na toll, also ich spiel jetzt hier den Supporter, oder was? Ja. Ich hab vier, vier Assists. Selbst der Supporter hat mehr Kills als ich. Die sind's glaub ich hier drin irgendwo. What the f... Was auch jetzt verschwinden? Oh, er war so ein Gesetz so. Ob er Pustop am Tor, es gibt Sie, der Robba aus der Sitzung. mit Uffark es so kräftet so kräftet kommt bloß bist du ich habe gesagt auch so groß auf so groß so ich guck mal ob der meiner für mich als noch kommen da aber nach Pass auf, Pass auf, Seck, Seck war da. Oh fuck ey! Wo war der, wo war der? Da! Er war zu weit entfernt, ich konnte ihn nicht treffen. Pass auf, Liesn ist weg. Okay, du bist hier zuordnet. Merke ich mir. Komm ich nur noch rum. Liesn könnte mitkommen. Kannst du mir den Blue geben? Jo. Gehen wir mal in die Mitte. Ich glaube ich geh mal wieder weg. Drache! Schaffen wir den zu zweit jetzt? Der Blue, der gegnerische Blue ist da, willst du? Ich hab Angst. Okay, geht, geht. Danke. Sechs ist da auch was. Ja, ja. Hä? Hast du den nicht auch grad hier? Hast du den grad... Hä? Was? Warte hier. Ich sollte öfter Top ganken. Okay, drauf. Ja, komm ich hin. Ja, ja, warte. Ja, der kommt, der kommt, der kommt. Sollst du Mana erleben für mich, Mana? Ich hab ja gerade meine Ulti gejus. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Los! Wie sollt ihr helfen, Suraka? Danke. Alter, der hat meine Ulti geblockt. Oh, ne. Nur wegen dem blöden Sack. Aber jetzt gestorben. Ja, ich hab 4-1. Ich hab auch Action. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr Carry in. Los, 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 los. Packst du noch, packst du noch? Stein? Nein. Oh, gut job. Lebt der Sack noch? Ne, Sack lebt nicht. Oh, der ist wieder respawned. Ja. Weil ich nicht pack, ist der Lee Sinope? Es geht. 1, 0, ne, halt. Aber so würdest du den nicht packen. Komm zu mir! Was kommt zu mir? Es soll in die Mitte gehen, zu Dragas. Hey, warum? Okay. Ich frag nicht, ich frag nicht. Der hat nicht geflasht. Komm fort. Ja, komm fort. So, das war Dings. Ja, ja. Der hat nicht geflasht. Das war so aus. Ich bin geflasht. Mach mir Drache, bitte. Ich wurde. Äh, ich will ihr, er soll töten. Kommst du bitte zu Raka? Ja. Kommst du mir nur bitte her, zu Raka? Oh Gott. Lol, ich hab nicht getroffen, ich Idiot. Ah. Komm schon. Oh fuck. Oh mein Gott. Oh. So, Raka, back, back. So, Raka. Kragas, Esul, Ulti. Ne, die ist schon vorbei. Tut mir leid. Ich hab nur ein Ulti fliegen. Kannst du den Drache bitte? Ja. Fliegt Esul, Ulti nicht unendlich weit? Ja. Ja, eigentlich schon. Höhe. Ist der gegnerische Blü da? Ne. Ne, die haben den gerade geholt. Äh, wollen wir direkt Bot? Ja. Ne, kommt, kommt hier, äh, Six. Kommst du mal Bot janken? Wo sieht den? Lol. Läuf, wie soll ich den? Komm, 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 zopp, komm, zopp, zopp. Komm, zopp, zopp, zopp. Komm, zopp, zopp. Auf Esul. Läuf, ich mein Ding fail, ey. Warte, geht hopp, geht hopp, geht hopp, geht hopp. Bin schon. Läuf, ich mein jetzt den. Äh, pass auf, ich geh, ähm, schau. Haha, sorry. Ja, fuck you. Das war mein Exhaust. Ja, dann lach doch wenigstens nicht. Ja, weil er sich den gekillt hat, war lustig. Mein Gott. Der ließen konnte, könnte von hinten kommen, aufpassen. Ah, nein, er hat... Ah, passive Drecks. Ich hasse die passive auch. Oh, Hackerin, aufpassen. Ich komm, komm. Was? Was? Einmal was ist der aufgerecht. Komm sie dir. Gib ihr Mana. Ja, schön, dann gibts mir. Die passive ist draußen, ne? Die passive ist draußen, ne? Ja, ja, na, fuck, ey. Die macht trotzdem noch recht viel Schade. Oh, hat wie ist der Mini davon mal geschaut? Warte mal. Ich hab meine Ruhe durch die... Tower-Fokus. Ach, ich frag gar nicht erst. Ich komm direkt drauf. Na. Achtung. Ich hab. Na. Ich geh mal zurück in die Base. Ja, ich auch. Ah, da ist er. Was macht ihr mit Yasuo? Ich hab euch meine Ulti geused für das Das ist doch dein Job Ja, aber ich muss auch gucken Den Blue nehme ich mir mal. Der Gegner Blue ist da. Ja, das... Das würde ja Kragas geben. Ja, weiß ich ja. Kragas kannst du dir mal ganz kurz. Oder nimm nur einfach den. Die haben da gewordert. Oh, ich sollte die zum Aufdecken haben. Das ist ein Scheiß. Ach man, jetzt haben die unsere Tower, oder was? Ne, ne. Doch, haben die. Aufpassen. Auf Weiswoll, wir fokussieren. Drauf. Ja, wieso gehst du nicht an Weiswoll? Scheiße, die haben die nicht. Pass auf, der kommt runter. Der ist weg. Okay, die haben geflasht. Lass es. Oh, nein! Was war das? Wie lame! Ich hab nur irgendwas. Ich hab nur seine komischen Dinge gesagt. Oder zack. Oh, wie lame. Oh, Gottchen. So. Oh, die sind jetzt da. Oh, bin ich geslowt. Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Lol, er ist Ultika. Okay, sehr schön. Okay, sehr schön. Wir gehen nicht drauf, oder? Natürlich. So, scheinbar doch. Nice. Good job. Ich komm, ich komm, ich komm. Heil mich, heil mich, heil mich, heil mich. Hier, hier unten. Heil mich. Heil mich doch. Traurig. Lol, du, alter, hau ab. Da ist unten six, da ist six, hau ab. Hau ab. Leck, sie mich da, leck, sie mich da. Nee! Lol. Ich stand mit drin. Ich stand mit drin. Ich hätte nichts tun können. Flaschen. Ja, flaschen wahrscheinlich auch nicht mehr. Ulti und flash. Ich hab kein Flash. Ich hab Ghost drin. Lol, du hast Ghost. Ja, das blickt halt für Heker im Meer, wegen der passiven. Aber du extrem schnell sein kannst, ne? Nein, ähm, je höher das Laufen, desto mehr Schaden, ja. Da bringt ein Flash extrem wenig. Kennst du Kiori? Ähm. Lezing kommt, Lezing kommt, Krakas. Nee, kenn ich nicht. Äh, der hat mal mit Heker im Augenblick einen Lauftampe, wo er über 2000 gehabt. Was? Was cool aussah. Ja, darf ich mir den Blue holen? Äh, darf ich mir den Red holen? Ich geh mal in die Top Lane. Ich komm mal. Heker im, darf ich mir Red holen? Ja, mach mal. Dann schnapp ich mir den mal. Ich hab ja sowas mit. Heker im, darf ich mir den? Ah, die haben Bot Tower schon und Top Tower auch schon. Ja, wir haben mehr. Ja, wir haben Bot Tower schon weg. Top 1. Da, Bob. Okay, okay. Okay. Will der Settel wissen? Kriegt ihr den? Pfff, pack ihn dir einfach. Ich hole den Sekt. Was kümmert ihr euch um den einen? Ich hole mir den Sekt. Ah, okay. Äh, wenn du stirbst, sagst du Bescheid, ne? Ja, er sagt Bescheid. Oh, da ist auch noch Six. Aufpassen. Geh weg. Ach, scheiße. Das gibt's doch nicht. Der, der, der. Israel. Nee, nee. Ich bin am Arsch. Oh, ich bin auch am Arsch. Scheiße ist das doch. What? Nice. Ich bin am Arsch, ich bin am Arsch, ich bin am Arsch. Hau einfach ab, du Spazi. Ich bin zu schnell. So, ich bin schlecht. Ich bin markt, aber ich bin zu schnell. Ja, ich hab die Schuhe der Beweglichkeit. Ja, sollst du auch einen Spotter haben. Nicht immer. Ja, nicht immer, aber trotzdem. Schöne blaue Stiefel. Passend zu deinem Mund, Mund, äh, Stab, da, Glünz. Ah. Ja. Außer mit Items. Äh, was, 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 was hol ich mir denn mal? Phantomtänzer oder Statikstich? Hm. Was bist du? Dicker. Schlecht. Lauftempo. Brauch ich. Sehr viel. Ja, ich würde dann eh nicht das Statikstick, oder wie das heißt, nehmen. Stich. Machen die vielleicht grad drag'n? Oh, oh. Mitte, Mitte, Mitte. Jo, ich komme. Wukum, aufpassen. Loll, alter. Wukum, nicht zu aggressiv. Die sind halt da zu viel. Aber das wird jetzt diesmal mein Blut. Mal. Hast du Ulti? Nee, ich hab kein Ulti. Sek. Sek. Oh, äh, da, da ist so ein scheiß fucking Listen. Zack, Ulti geplockt, ey. Auf ihn. Oh, da hinten war noch jemand. Aufpassen, hinten kann ich nicht mehr kommen. Ja, ich weiß auch nicht. Yasuo. Oh, da ist Yasuo. Der Yasuo kann doch nichts. Ja, man sieht die Toplane. Der kann schon was, der Yasuo. Ja, das war neben mir jetzt. Ja, so kann mehr als alle andere von deren Team wahrscheinlich. Nein, Toplane war wirklich meine Schuld, weil ich einfach viel zu selten begegne. Nee, nee. Nein, doch, das war jetzt wirklich nicht. Uro, noob. Ja, Yasuo, Yasuo, Yasuo. Ich bin am Arsch. Ich bin tot. Oh, mega fehl, ich mach den. Kirstil, fuck, du scheiß Schild. Oh, oh, so dich weiter, ich mach den Kirstil dann noch, ey. Ich bringe es zu becken, ich hab zu viel zu becken. Ach, fuck. Aber jetzt will ich aber... Oh, Mann. Oh, oh. So, lol. Lol. Hehehe. Boah, ich mach den Schaden, ey. Leck mich doch fett. Ey, du bist auch gefiedert. Krasser Typ. Ja, Kragas ist mehr gefiedert. Aber Kragas macht, glaub ich, auch mehr Schaden. Da. Ist das Ding schon weg? Rache? Ja. Pack mal. Easy win. Ich hab Smite. So. Smite mal. Aha. Habt ihr jetzt darum gestritten, wer den Smite... Ja, sozusagen. Ja. Der ist geübt als Jungler. Zurzeit. Gerade. Möchtest du die Golems machen? Ja, ich geh back. Outa, ich brauch noch Galt. Verdammt. Oder ich brauch gar nicht. Ach, verdammt. Oh, oh. Mitte, ich sag Six. Wo kommen die packen wir? Ja. What? Wir kommen. Nö, wir kommen nicht. Ich geh weg. Die packen wir. Die packen wir nicht, die packen wir nicht, die packen wir nicht. Die packen wir nicht, die packen wir nicht. Geh weg, geh weg. Rennt einfach. Die packen wir nicht. Jo, ihr seid zu vier, ihr Pussis. Hopp drauf. Ja, den müssen wir eben fokussen, glaube ich mal. Das ist immer eine schlechte Idee. Man fokust immer den Tag. Okay, gut, gut, gut. Auf Sek, Sek, Sek. Auf Yasuo. Ey, wo bin ich? Ich... Was? Hä? Ich hatte die Animation, dass ich durch die Wand fliege. Ach Gott. Oh Mann. Das geht so richtig. Let's think, oh, das ließen. Hast du nicht, sagt man, die Top-Lay-Karimister? Nein. Nein. Doch, so was gibt es nicht. Der Treue-Karimister. Ich würde mich überfallen, lass mir die bitte. Alter, wie gut sind wir bitte schön. Ich bin vorbeiziein. 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 Das macht der Supporter, oder? Der ist auch okay. Scheißdreck macht der Supporter. Alter! Sag doch Bescheid, wenn da irgendetwas los ist. Ja, schau mal! Loh! Habe ich! Alter, der hättest du sofort gekriegt. Er hätte mein Blät jetzt nicht geflogen. Ähm... M-M-M-M-Trinity-Force sollte ich mir noch holen, vielleicht. Immerhin gibt mir das 8-Provement-Speed und wenn ich jemanden hitze... War das doch, oder? Nee. Hä? Ort lieber ab. Ja. Oh, die Sin ist da. Ja, okay. Ich schau sofort ab. Ja, Suho auch. Ja, Suho auch. Oh! Loll, lol, 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 lol! Danke, danke, danke! Oh, danke! Gutes Supporter, gutes Supporter. Krieg's gleich ein Wort. Hier drin ein Wort, wo ich im Gebüsch dir deine... Oh, fuck! Da ist nicht... Ach, scheiße. Ach, nur bitte schön. Ich bin immer bei dir, siehst du's nicht. Alter! Wo komm, wo komm, wo komm! Und... Lock den bloß nicht zu mir! Alter, ich bring euch um! Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm... 700... Ach, wir kommen mal mal den Scheiß... De, 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 de... Sie sind richtig am verkacken! Wer fiedet denn? Der Zack! Der Ezreal! Der Yasuo! Der Ziggs! Alle einfach nur nicht der Listin! Mein Gott! Nein! Klar, wie lang das dauert. Ja, ich... Ich wär' froh darüber, wenn's jetzt endlich mal zu Ende gehen würde. Ja, können wir mal bald machen. Alter. Ach, verdammt! Äh, ich schnapp mir mal wieder Ratner. Hey, Karin, was ist los? Joa, äh... Mein Leben ist ein bisschen... ... runtergeflossen. Okay, der Yasuo könnte in die Mitte kommen. Ähm... Kann mir einer Bot helfen? Ich schnapp mir erst mal Red. Ich schnapp mir erst mal Red. Du Motherfucker! Ah, ne, die kommen jetzt... Du kleiner Motherfucker! Das ist mein Deutsch, die kommen jetzt wahrscheinlich Mitte. Die gehen Mitte. Jo, ich komm mal mit. Das... das war jetzt wirklich so trollig. Joa, macht ja nix. So lange das, äh... So lange wir gewinnen. Ja, fuck you. Brauch ich nicht. So lange wir gewinnen, darf man das machen. Äh, ich würde gehen ja so köln. Ach, der jetzt? Jetzt geht's. Der Ziggs rennt sogar weg von mir. Okay, ich hab' hier und... Oh, Pleistin! Ich komm, ich komm, ich komm! Oh, Hikarim, pass auf! Warum macht der so viel Schaden? Warum macht der so viel Schaden? Der stirbt, der stirbt! Komm, der stirbt! Natürlich stirbt der. LOL, der stirbt an dir! Ach, come on! Komm dem jetzt hier aus den Blue, den Red und dann sowas. Berserker! Das war richtig okay, sorry. What? Unser Supporter hat sogar 5 Kills. Ja, sorry! Fuck, big. What? Fanta? Ne, Fanta. Ich versteh' das nicht. Das heißt so viel wie, du bist scheiße, Suraka. Lalu, ich schaden, ich mache. Geile Sache. Oh, da ist Azur. Komm, ey! Ich hör' den Kais! Ah, der ist schnappbauen. Der hat seinen Flash-Skill da. Dix ist da! Ich komm immer noch nicht drauf, klar. Oh fuck, ich bin so schlecht. Ja, lass mal Mitte pushen, ey, was soll denn der Scheiß? Wir sollen mal enden. Wir sollen mal enden. Ja, okay, vielleicht wegen meinem Red und halt mit Items. Oh. Boah, Alter. Ben, ich glaub, da hast du dich ein bisschen verarscht gefühlt, oder? Ne, 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 ne. Wollen wir uns den jetzt vornehmen? Ben, willst du den Red? Fuck you. Ja, ich will den Red. Den schnapp ich mir auch. Ja, ich kümmer mich um hier so. Schaffst du ihn alleine, ja, ne? Ja, ich hab Ulti. Ja, schön. Ah, der ist irgendwie geschwunden. Boah, krass. Boah, krass. Ich hör' von irgendjemand, äh, die Sound. Ja, ich hab' auch. Wäre nett, wenn das weg ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, das ist ein bisschen scheiße. Ein bisschen? Ein bisschen sehr. Ich wurde gerade... Achtung, Achtung, Achtung. Aufließen. Oder auch jemand anderes. Oh Mann. Du hast doppelte, was willst du vor mir? Ja, ich will mehr. Hä, du hast mehr Kills, du hast 14,1. Ja, und ich will mehr. So, Raka Carry, ja, ja, ja. Fühlst du dich jetzt geehrt, Soraka? Ja, sicher. Du bist trotzdem scheiße. Nee, ich bin nicht scheiße. Ja. Und die geben nie auf, das sind nicht cool. Ja, ja. Ja, sind ja auch fünf Preemates. Doch, nö, meine Aufnahme ist abgebrochen. Och, seriously. Geh weg, geh weg, geh weg. Was machst du da falsch? Okay, cool. Ja, halt. Ich bin doch nicht full bald, wartet doch mal. Wir sind alle nicht full bald. Wir sind alle nicht full bald. Ich meine, wer muss die unbedingt starten? Du hast die gestartet. Ach ja. Ja, du. Oh oh. Oh oh. Nein! Diese Noob-Flash. Diese Noob-Flash. Diese Noob-Flash. Egal. Ich glaub ich lass die Scheiße trotzdem hoch und kommentier das einfach nah. Der kommt für Drache. Ich kann nicht alleine. Leo. What? Achso, dein Katze. Ich dachte Leo, na. Ich komm. 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 Oh, guckung ist cool. Oh, Yasuo ist auch da. Aufpassen. Der kickt mich weg. Kann der nicht jeden wegkicken? Critical Hit. Next Level. Leilalala. Fokus doch Yasuo. Fokus Yasuo. Schön. Ah, wir schauen mit ihr. Zu Ehre des Todes hab ich ein Wort gestellt. War schön gemacht. Oh, oh. Schade, so schnell kann ich nicht küsst die. Oder so schnell bin ich nicht besser gesagt. Darf ich? Nein, was? Was war das? Scheiße. Scheinbar nicht. Aber ich hab alle gut gemacht, oder? Ich hab alle vier gemacht, oder? Ich sag mal zurück in die Base, warte, dass ich mich bitte. Ich kann nicht ja gleich nachschauen. Ja, alle vier meine ich jetzt. Ja, alle vier hast du. Mann, das wär in offizieller Panther gewesen. Dopp-dopp-dopp. Dann ist das in offizieller Panther-Stil. Ja, danke schön. Bitte schön. Ja, ne, der war Todeswissen. Oh my God. Ja, wot? Oh my God, weg die Sau. Ich will mal wissen, wie schnell ich jetzt beim Spawn bin. Mach die. Ich will die Klauen. Wie Klauen? Klauen wird überbewertet. Okay, wir hauen ab. Alter, wir schaden. Wir packen den. Komm, eins, zwei, drei. Zack. Oh fuck. Lalalala. Oh, 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 oh. Ich hab. Nein, man hat die. Ich laufe auf jeden Fall im Laufspeed von 800. Guck mal die Base. Go, los. Komm zu uns. Komm zu uns, HeKaren. Ach, jetzt kann ich das nicht mal zurückkaufen. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Angriff Tempo von 900. Ach, Lauftempo. Was? Lauftempo von 900. Ja, so euch da. Decker Warded. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Lauf. Alter, da hab ich mal zwei Ultis abbekommen. Drei. Ach, jo. Ich bin genau in zwei Ultis reingerannt. Leil, ich hab. Also ich hab jetzt grad vier Ultis abgekriegt. Ja, ich hab aber auch eine Menge abgekriegt. Puh. Das war nicht so schön. Oh. Ich bin nicht dafür, dass wir noch gewinnen. Ich bin nicht dafür, dass wir noch gewinnen. Pentacle. Ah, scheiße, ey. Die zweite Gefährteaufnahme. Oh, oh, oh. Geh weg, geh weg, geh weg. Was für eine Abklingzeit hat der so ulti. Okay, der so muss unbedingt gefokust werden, auch wenn der 13 Mal gestorben ist. Die wollen pushen, hä? Ah, okay. Ja, natürlich. Die wollen auch gewinnen. Das die nicht aufgeben. Die haben 30 Kills weniger. Wir. Hier? Ah, ist leider tot. Oh, jetzt ist wieder in Ordnung. Nee, nee. Scheiße. Der Yasuo ist da. Ben? Ja? Du hast das Spiel verlassen. Ach, ist auch lächerlich. Hört ihr mich noch? Ja, ich hör dich noch. Hä, what the f- Ich hasse Telekom ohne Scherz. Bin ich tot? Ja, ich bin nicht tot, sehr schön. Nee, nee, du warst in der Base. Bei mir lief ich. Du hast schon 200er Ping. Und dann? Ja, hatte ich. 2000 stand da. Ah, 2000. Ich hatte ein 2000er Ping. So was aufpassen. Nee, nee, nee. Die kommen in die Botlane. 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 Bitte. Er hat Teleport benutzt. Ja, die pushen jetzt von allen Lanes. Ich bin ein Toplane. Ich komme mit Bot. Tank gegen Tank. Ich versuch mal hier. Kannst du den blau machen? So. Schwer ist der Gegner schon mal weg. Sollen wir mal langsam in die Mitte durchpushen? Jack ist SS. Der kann in die Mitte kommen. Gut, komm, komm Mitte. Scheiß auf alle Lanes. Mitte durchpushen. So. Oh, nice. Ich komme gleich. Oh, 6 ist hinten. Ich komme gleich. Gut. Ich fahre mich mal kurz an Minions hoch. Hast du Blutdürste? Wenn du den Blutdürste hast, musst du immer 30 Farms haben, damit der wirkt. 30 Farms? Ja. Sonst wirkt er nicht. Doch, der wirkt, aber wenn man halt... Ja, wenn du dich hochstackst. Ja. Mit Minions und so. Ja. Dann wirkt er besser. Also wirkt er besser. Ja, dann wirkt er besser. Machst du mir Schaden. Ja. Auf jeden Fall. Man kriegt... Wie viel kriegt man dazu? Zwei oder... Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch gerade keinen Ahnung. Kommen die alle jetzt gerade Bord? Kann sein. Hau ab. Ah. Okay. Ein AD. Wo kommt man dazu? Okay. Wir pushen Mitte und Fokus in Yasuo. Oh nein. Passt auf. Pass auf. Die sind alle da. Wirklich alle. Okay. Einer fehlt. Zix kommt von hinten. Zix kommt von hinten. Ja, ja. Nice. Nee. Ich bin fokust hier eigentlich. Ich bin Yasuo. Ja, aber ein paar haben Yasuo nicht gefokust. Keiner hat Yasuo gefokust. Doch. Äh, Matrix. Du hast den gefokust, ja. Ich... Ich war jetzt gerade der einzigste, der Yasuo gefokust hat. Ja, das stimmt leider. Ich glaube, wir verlieren. Sieht stark danach aus. Oh nein. Das kann nicht sein. Das sind Late-Games-Jams, oder? Nicht mal wirklich. Nein, nicht mal wirklich. Nein, wir schaffen das auch. Wir packen das noch. Ja, einfach Yasuo. Und dann Six. Nein, wir machen einfach Back. So, einer tankt einfach. Nö, ich bin Tank. Äh, dauert noch ein bisschen. Ich war fertig. Ich bin elf Sekunden wieder da. Aha. Fertig war die nicht wirklich. Also, wir können es schaffen, wenn wir das jetzt noch komplett durchpushen. Ja. Ja, wenn wir wirklich fokusten. Weil, guck mal, die Bordlay und die Toplay ist völlig gepusht. So. Jetzt habe ich wieder 100 Gig frei. Ich komme mal kurz aufs Seitz. Ich komme gleich wieder. Nein, du kommst jetzt sofort. Oh. Komm, komm weiter. Ja, aber sollten wir nicht ein bisschen auf die andere warten? Ich komme, ich komme, ich komme. Oh, Yasuo, Yasuo, Yasuo. Auf ihn. Den packen wir uns. Okay, gut. Oh, du kannst weiter pushen. Los, los, pushen. Jetzt einfach pushen, die anderen sind einfach irgendwo. Also, Yasuo ist eine Minute lang ausgeschaltet. Okay. Das ist super. Der Lesin und der Säkis momentan auch. Wollen wir einfach durchpushen? Scheiß auf mir nimmst. Ja, einfach los, pushen. Los, du komm, komm. Wer weiß mal Towerfokus? Tank nicht. Ich tank. Tank nicht, tank nicht. Oh, Mann. Alter, die Mühe. Okay, pass auf. Ah, krieg ich Schaden rein. Ach, scheiße. Nee. Lol, zick, äh, zack, komm schon, stirb. Nee, zack, stirb nicht. Nein. Lol, die gewinnen auch ohne Scherz. Fuck. Ja, jetzt können die uns durchpushen. Und der Lesin, der will das auch echt durchziehen. Ja, aber der stirbt doch am Tower. Ja, aber... Der hat ganzes Leben und jetzt möchte der den Tower machen. Oh, nee. Wer hat den Teleport? Der Yasuo hat Teleport. Niemand hat von uns Teleport. Niemand hat von uns Teleport. Nein, nein, der Yasuo. Der Yasuo. Was, Yasuo? Hilf aus, raus, raus. Raus, raus, raus. Raus, raus, raus. Go, 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 go. Geh zurück, geh zurück. Yasuo, Yasuo, Yasuo. Ja, Mann. Auf. Oh. Oh. Ich bin jetzt doch wieder gut. Yasuo, Yasuo, Yasuo! Puschen! 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 Scheiße auf Yasuo, oder... Wann willst du denn... Okay, gut, gut. Einfach pushen, pushen, pushen! Ja, jetzt ist noch ein Soldat, okay Rinnst ein Alter, was ist denn Der macht Vector vielleicht Ja, hier, geht alle pushen Ich warte hier hinten, falls einer kommt Okay Weil Ezreal, der könnte auch nach hinten kommen Hier durch pushen Kommt sie wieder Ja, ich renne auch schon 30 Sekunden Sag ich doch Packst du ihn alleine, ja, ne? Ja, ich könnte ihn hier bekommen Boah, Alter, was im Game, ey Na gut, dass ich hinten geblieben bin Oh, wie die Welt Alter Komm jetzt noch ich, schreib einfach nur, weil der Grim hat diesen schlechten Also danke fürs Zuschauen Das war einfach sauknapp Ja Oh, ja, League of Legends T.M. Funktion